ooooh Und weiter geht's mit Outlast Ich muss aufhören mit diesem Faces Ok wir waren letztes mal im Keller Yo Bitches und haben den Generator wieder Eingeschaltet Ist auch gut Hallo Hallo So gut Gerne Autor ist an Ok der Typ im Rollstuhl Was zur Hölle Egal gut La 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 Ah hier waren wir ja schon mal Hier war nichts Ich vergesse jedes mal Dass er diese fucking Fickfotzen Ach genau da hinten ist der Typ rüber gelaufen Ähm Warte was die quer ist Kehre zum Sicherheitsterminal zurück Kehre Der Sicherheitsterminal war Da vorne Achja die Tür hat der Typ ja eingeschlagen Jo no 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 nein 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 Was Ja Ja Ich bin sorry mein Sohn Ich wollte das nicht mit dir machen Aber du kannst weg Bist du irgendwie schwul Fass mich nicht an Ok 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 Was geht denn jetzt ab Das finde ich nicht fair Oh Ladescreen Spannend Ok Ich bin hier ne Zelle Jesus Christ Heißt Hat er mir meine Kamera weggenommen Das ist ein Wow Die Psychozelle Ah meine Kamera Ähm Rest in Peace Ähm Vergiss nicht dass du siehst Dann wären wir keine Coder bereit zum Ereignis aufzunehmen Oh Ok Schreck mir nicht so du Arschloch Oh mein Gott Du hast du die Tür geöffnet Oh mein Gott Ok Du krankes Stück Scheiße Jagen die mich oder Hallo Hallo Hi Hi Ok Ich ähm Werde mich denke ich mal gleich verstecken müssen Hallöchen Vielleicht Vater Martin ist Vielleicht Er sieht Ich würde ihn töten Das würde ich Der Priester fragte uns nicht Es würde Es wäre Imprimiert Nicht hier Wir geben ihm einen Rennstern Da ist eine Idee Uh Und wenn wir ihn töten Wir töten ihn Wir töten ihn langsam Suche Patient Der Tod und Leber Sie sind dein Er sieht wie du einen Geist gesehen hast Okay Da ist nix Die Typen machen einen voll nervös Ohne Witz Hier ist auch nix Hoch Oh Oh Ich hab mich nicht erschrocken oder so Ne ne Oh Rollstuhlfahrer Die lieben wir Ja lass ich dir nicht Oh Digga Was geht bei dir ab Was geht bei dir ab Ich hab mich voll erschrocken gerade man Auf einmal guckt er wie so ein behinderter gegen das scheiß Tür man Oh da Können wir durch Oh 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 Gott Was ist das mit dir mit dir? Du hast dich nicht geholfen in die Gott Was hat er aufgeschrieben? Trost hat er Geh Vater Martens Zelle Dieser verdammte Scheiße Ganz nicht dieser Scheiße hat sterben gehört zu diesen wenigen schrecklichen Dingen Okay Oh Oh Hey Bro Hey Du Oh Ich Hm Hm Okay gut ich bin grad etwas ähm Ich verwirr Die ganzen Wachen sind tot Okay das war klar dass das abgeschlossen ist Okay jetzt sind wir Warte sind wir jetzt auf der anderen Seite wo die Typen eben waren? Ne Bewege dich um eine Kante hin um dich daran festzuhalten Ach da ist wieder der Kopfhautipp So Ach da hinten waren die die mich töten wollten Okay Ach da hinten waren die die mich töten wollten Ähm Golden noise provide blablabla Folge den Blutspuren zum Ausgang okay Das zur Hölle Ruckler Ruckler Speichert Hallo Der A Block Oder Jumpscare Im coming Wer redet da Hallo Hm Hm Ach da Was ist denn hier Was steht da Down The Was Down the train Train Down the 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 train Pfff Oh man Oh 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 Hier sind Unterlagen Das ist cool Ja ich spring da doch schon runter man Blutspur Der sollen wir folgen ne Wenn du deine Türen schließt kannst du deinen Verfolger abbremsen Dieser Tü 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 Das mit dem Verfolgern war doch irgendwie schon Hätte ich jetzt nie mitgerechnet das jetzt gleich irgendwie mich einer verfolgen tut hallo Hm Okay Hier scheint nur gar nichts mehr zu sein Oder ist ja noch irgendwas ich kann mich nur noch verstecken hier also ich denke ich muss versuchen die tür zu knacken dann kommt da eine ich muss über die tür da ist nix hallo ist das dein ernst willst du mir wehtun ich gehe einfach mal weiter ok nein 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 abbremsen verstecken boah scheiß security raum gut oh nice der hat die tür aufgemacht ok gut auch nein ich verklick mich andauernd wir brauchen mehr batterien jetzt wieder ah ne da liegt ein schrank hinter ja das war klar dass das nicht aufgeht ich weiß nicht will der mich auch schlagen ich dachte vielleicht liegt da eine batterie oder so aber wenn da nichts liegt dann ist das ja joc ok gut so ab in den security rum so das ist der öffnungsknopf ich will aber bevor hier irgendeine scheiße passiert mal gucken ob ich vielleicht irgendwo batterien finden wir finden keine batterien ja gut follow the blood das ist der öffnung Okay. Hey. Ow! Der hat mich jetzt nicht verfolgt, sondern einfach nur... Schon wieder haben wir R gedrückt, jetzt haben wir keine Batterien mehr. Null Batterien. Ah, hier ist der andere Ausgang vom Security Room, okay. Hallo! Das haben wir gemacht. Ich hätte gesagt, wir wären mehr mit dem da. Paragons und Tatsachen. Ich halte mich über die Presse. Hier ist mein Blut, wenn sie raus wollen. Die Typen sind weg. Wir sollen dem Blut folgen. Da drin. Okay. Da ist nichts, vielleicht ist hier eine Batterie. Batterien? Batterien? Nein, gut. Dem Blut folgen. Oh man, da werde ich noch nicht in die Duschen ein. Sack sich, du. Das ist fair. Speichert das Spiel bitte nochmal. Kommen wir hier durch? Ne. Warte, was? Oh. Notiz. Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der gerne gefördert und Leuten abreißen, einfach nicht abschnütteln. Ich höre ständig sein, gemobelt über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was, wenn nicht er das Problem ist? Was, wenn er versucht es zu lösen? Oh man. Batterie. Ne. Security-Karte. Okay, wie kommen wir da rüber? Kommen wir jetzt... Warte mal. Wie kommen wir denn jetzt hier durch? Also der fette Typ ist böse. Vielleicht müssen wir... Ich weiß nicht, müssen wir zurück? Ah. Dass man für die Schau... Alter. Dass man für die Schauers echt ne Dingens braucht, ist traurig. Für die Schauers ne Karte. Da, ne Batterie. Oh mein Gott. Ja. Entkommen wir durch die Duschen. Das sind hier doch keine Duschen. Es regnet draußen. Das sind Duschen, ja. Oh Mann, die Folge wird überlänge haben. Oh. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Was war das? Hä? Okay, egal. Das war erst mal zu Ende. Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal. Das hab ich nicht verstanden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.